Dritter Abschnitt, die Dücken der Anschauung. Die klassische Geometrie ist heute nicht unbedingt im Zentrum der Forschung mehr, obwohl sie immer wieder neue und ansprechende Resultate liefert. Aber sie hat vielleicht den höchsten ästhetischen Reiz, also zumindest unter jenen Fachgebieten der Mathematik, die leicht zugänglich sind. Und der Grund dafür ist wohl, die Nähe zur Anschauung. Ein Beweis im Sinn von Plato oder Pythagoras bestand darin, einen Sachverhalt unmittelbar einsichtig zu machen. Man sieht, warum sich die Höhenlinien schneiden. Darum sieht man es ein. Die Nähe zur Anschauung ist aber trügerisch, wie wir ja auch von den optischen Täuschungen her wissen. Das kann zu Fehlschlüssen führen. Dazu möchte ich Ihnen zwei Beispiele bringen. Erstes Beispiel, jedes Dreieck ist gleichschenkig. Das ist natürlich ein offenkundiger Unsinn. Und hier jetzt der sogenannte Beweis. Betrachten wir die Winkelsymmetrale von A. Wenn diese Winkelsymmetrale senkrecht zur gegenüberliegenden Seite Bc steht, dann ist das Dreieck sicher gleichschenkig. Das ist leicht zu sehen. Angenommen aber, diese Winkelsymmetrale ist nicht senkrecht auf Bc. Dann ist sie weder parallel zur Streckensymmetrale von Bc, noch stimmt sie mit ihr überein. Also schneidet die Winkelsymmetrale die Streckensymmetrale in einem Punkt. Und den nennen wir P. Und jetzt ziehen wir durch P jeweils das Lot auf die Seiten AB und AC von unserem Dreieck. Die Fußpunkte bezeichnen wir mit E bzw. F. Und wir sehen leicht, dass die rechtwinkeligen Dreiecke A, P, E und A, P, F konkurrent sind. Das sind zwei gleiche Winkel und eine gemeinsame Seite. Und daraus folgt natürlich, dass die Strecken AE und AF gleich lang sind. Und auch die rechtwinkeligen Dreiecke B, E, P, B, E, P und C, P, F, die sind auch konkurrent. Das habe ich vielleicht ein bisschen schlampig gezeichnet, aber es stimmt. Denn die Strecken P, E und P, F sind ja gleich lang, da P auf der Winkelsymmetrale von A liegt. Und die Strecken P, B und P, C sind auch gleich lang, weil P auf der Streckensymmetrale von Bc liegt. Also sind auch die Strecken B, E und F, C gleich lang. Wenn aber AE und AF gleiche Länge haben und EB und F, C ebenso, dann müssen wir nur diese Längen aufsummieren, um zu erhalten, AB und AC haben die gleiche Länge. Das Dreieck ABC ist also gleich schenkel. Jetzt ein zweites Beispiel. Wir zerlegen ein rechtwinkeliges Dreieck auf diese Art. In zwei Dreiecke und zwei Vielecke. Also genauer zwei Sechsecke. Wir zerlegen es und fügen die Stücke wieder zusammen. Und es gibt ein rechtwinkeliges Dreieck mit derselben Länge und derselben Höhe. Aber halt, sonderbarerweise, da fehlt jetzt ein Stück unten. Da fehlt so ein kleines Kasten. Wir haben also jetzt gar kein Dreieck mehr, sondern das Ding hat jetzt sieben Ecken und offensichtlich einen kleineren Flächeninhalt. Aber der Flächeninhalt eines Polygons, der kann sich ja nicht ändern, wenn wir das Polygon bloß verschieben und drehen. Und wenn wir das Ding zerlegen und neu zusammensetzen, dann kann sich am Flächeninhalt auch nichts ändern. Die Frage ist, was ist hier passiert? Ich verrate es Ihnen selbstverständlich nicht. Also in diesen beiden Fällen ist das Resultat so absurd, dass man sich so gleich auf die Suche nach dem Fehlschluss macht und ihn wohl auch bald findet. Aber was ist, wenn sich der bewiesene Satz nicht so unmittelbar als widersinnig deklariert? Es ist nicht zu bestreiten, dass fehlerhafte Beweise vorkommen. Meist werden die Fehler schnell von Kolleginnen und Kollegen entdeckt. Aber was passiert, wenn sich keiner von Ihnen je für die Ergebnisse interessieren sollte? Das kann ja auch vorkommen.